Das war's für heute. Okay. Dabei habe ich extra schon so kurze Fingernack. Das klappt immer noch nicht. Soll ich mal versuchen? Wart auf Select, oder muss ich starten? Nee, Start. Upp, ja, deswegen funktioniert es nicht. Okay. Kleine technische Schwierigkeiten. Also ich glaube, eigentlich hätten wir wirklich jetzt in die Wüste gesollt. Gemust. Gesollt geht doch auch. Klingt ein bisschen komisch. Gemustetet. Also eigentlich hätten wir in die Wüste fliegen sollen, denke ich. Aber wir sind jetzt auf der Weihnachtsinsel. Und ich weiß nicht, ob es hier überhaupt ein erreichbares Kanonibüro gibt. Aber ich würde sagen, wir versuchen es jetzt trotzdem mal. Hatschi! Jetzt müsste man in Solaris sein. Was? Ihr kennt Solaris nicht? Klingt wie Solarium. Ähm, okay, ist auch nichts. Hier waren wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Ja, so ein bisschen haben wir schon abgegrast. Nein, nicht abgegrast, aber mal durchgeschaut. Waren wir hier drin schon wahrscheinlich, oder? Ja, also ich weiß nicht. Da war irgendwie überall nur so komische Häuschen. Ja, stimmt. Da waren. Entschuldige. Ja, da ist wieder ein Laden, den wir jetzt, glaube ich, nicht brauchen, oder? Dann gehen wir halt da hin. Ich gehe einfach mal. Oh. Okay, jetzt geht's. Oh, die runkeln ja voll. Wölfe. Ups. Ich muss erstmal noch die richtige Taste finden. Ich peitsche die Wölfe. Oh. Oh, ich habe mich für dich gehalten. Sehr gut. Naja, mit meinem rosa Stirnband und deinem rosa Kleid, ne? Obwohl mein Stirnband ist eher, vielleicht ein bisschen lila, ne? Ja. Die Peitsche ist doch echt gut. Ich bin letztes Mal ja schon festgestellt. Upsi. Irgendwie wollte meine Person nicht schlagen. Die hat eine ziemlich gute Reichweite und, äh, ja. Ah, und auch ganz gut Schaden. Wenn ich denn sie auf 100% habe. Hier oben ist, ah. Oh, hoppla. Nicht gesehen. Oh, der Wolf da links, der kann da nicht hängen bleiben. Ja, der kann das genauso gut wie ich. Willst du ihn adoptieren? Oh ja, bitte. Achtung, unten kommt wieder einer. Achte auf deine Energie, ne? Ja. Frostköter. Ah, ja. Ich hab noch volle Energie, riskier ich's mal. Ah, ich hab dein Level aufgestiegen. Lach, Gassi, ey. Bewusstlos. Mist. Ah, ja. Hast ein kurzes Nickerchen gehalten. Ja. Ah, ich bin jetzt auch auf Level 20. Gut. Dann brauchst du nicht so auf deine Energie zu achten. Ja, geht's hier unten. Ähm. Ich wollte jetzt eigentlich diesen Bildschirm noch nicht direkt verlassen. Erstmal gucken, was hier noch alles ist. Ups, daneben. Nee, ist schon wieder daneben. Was soll denn das? Der macht das halt ohne mich. Mir doch egal. Ah, ich glaub, dann sind wir nur wieder oben, oder? Ja, ich wollte aber mal gucken, ob hier noch was ist. Okay. Nee, ist zu früh. Wow. Ja, da kommen wir zurück. Das heißt, es gibt jetzt nur einen Weg für uns. Oder? Äh, ja. Nee. Warte mal. Wie war denn das jetzt auch noch? Hier sind wir nur im Kreis gegangen. Ja, genau. Das heißt, wir müssen nach oben links. Vielleicht begegnen wir ja gleich dem Weihnachtsmann oder so. Au. Ach, als ob der sich zeigen würde. Ho, ho, ho. Könnte. Vielleicht sei der Endgegner. Nee, das wär gemein. Ich glaub, ich wollte noch keinmal. Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, ich wurde noch keinmal von dem getroffen, da wurde ich getroffen. Wow. Oh, ich geh einfach mal. Okay. Wir können auch wieder zurück. Nee, nee, ist okay. Oh, ein Rentier. Das ist Rudolf. Schluchz. Ich bin so alleine. Mein Herrchen ist verschwunden. Der Weihnachtsmann ist weg. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. Ah. Okay. Aufgefressen? Auch nicht gut oder schlecht. Ja, da hat man ja eine Menge dran zu essen, ne? Glanzenorb. Juhu. Okay. Du hast aber, glaub ich, im Moment den Speer, ne? Äh, ich hab aktuell die Axt. Ach, die Axt, okay. Ja, dann kommt doch bestimmt der Endgegner direkt. Nee. Sollen wir lieber nicht erstmal aufleveln? Ja, das machen wir jetzt auf dem Weg. Also ich mein, wir sind zwar jetzt frisch auf einem neuen Level, auf einem neuen Level. Ja, Jackie steigt bestimmt gleich auch auf. Ich weiß nicht, ich würde mal gucken, ich würde mal gucken, wie gut es klappt. Ich weiß noch nicht, ob man dieses, ich mein, das Gebiet war jetzt schon zugänglich, die Weihnachtsinsel. Dann wird das Gebiet auch machbar sein, denke ich. Natürlich. Also, das kann natürlich sein, dass das jetzt etwas schwieriger ist. Ja, deswegen dachte ich lieber ein bisschen noch üben. Ja, aber ich würde sagen, wenn wir versagen, können wir üben. Falls wir jetzt schon hoch genug sind vom Level her. Ich bin konfus. Falls das Level schon ausreicht, ist das ja unsinnig, dass wir jetzt ewig leveln. Das können wir dann machen, wenn es nötig wird. Okay. Und außerdem sind wir ja noch nicht da. Wir wissen nicht, wie lange der Weg ist. Stimmt auch wieder. So, Jackie ist bald tot. Oh ja, du hast recht. Äh, falsche Richtung. Sie hegt einfach mal in der Luft. Ah, hier ist das Kanoni Reisebüro. Hier können wir uns auch überlegen, ob wir dann doch in die Wüste gehen. Aber wir können meinetwegen auch hier erstmal bleiben. Mist, jetzt habe ich auch nur noch 80. Ich habe auch nur 102. Ups. Bang, bang. Ja, das ist ja sehr gut. Mina, du kannst das direkt benutzen. Ja, Moment. Jetzt muss ich nur wieder den richtigen Knopf finden. Ähm. Wie war das auch noch? Ah ja. Soll ich mal sagen, wir gucken mal, wo wir theoretisch jetzt hingehen können? Habe ich das... Habe ich das jetzt in... Oh nein. Entschuldige. Hä? Ich bin gegangen und dein Bonbon hat noch nicht gewirkt. Ich glaube, es ist jetzt aber weg. Ich habe den perfekten Moment abgepasst, um das Bonbon, äh, nicht wirken zu lassen. 50 Mäuse, äh, Trüffeldorf, L-Oasis. Oder habe ich es Jackie gegeben? Weil sie hat jetzt aktuell voll... Ich weiß es nicht. Hm. Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal im Gebiet. Okay. Versuchen wir es mal. Ist jedenfalls schon mal gut zu wissen, dass man hier wieder weg kann. Huch, voll in die falsche Richtung. Ich meine, falls das Gebiet auch stärker ist, werden wir natürlich auch schneller aufleveln. Das ist doch auch nicht unpraktisch. Was ist das? Ein Pokémon. Blanzenkoopa. Ähm, okay. Mario lässt grüßen. Ich finde, es sieht aus wie ein Pokéball, wenn sich das so schützt. Ja, aber wenn es geht, sieht es wirklich fast aus wie ein Koopa. Oben kommt ein Wolf. So. Ein Frostfilter meine ich natürlich. Zwei. Mist. Ey. So. Ist daneben. Oh, alle mal drauf. Ah nein, ich war zu früh. Ein Stück. Ey. Na gut, ich muss jetzt mal langsam anfangen, wieder auf meine Energie zu achten. Achtung. Hat nicht funktioniert. Die Peitsche hat so eine Reichweite. Was macht er? Nein, ich... Ich schon wieder. Hui. Ich bin ganz langsam gerade. Ich versuch's mal. Viel Erfolg. Danke. Lachgas. Oh nein. Öh. So. Ah, das ging ja relativ schnell. Ja, ich bin jetzt auch wieder schneller. Okay, da oben geht's nicht weiter. Ups. Da ist wieder das Kanone-Reisebüro. Ich würde sagen, den Frostfilter besiegen wir noch. Ja. Und dann gehen wir mal nach links. Ja. Oh. Jackie schiebt ihn zu mir. Sehr nett. Oh. Gut. Hm. Das sieht ja aus wie beim Kanone-Bruder, nur ohne, äh... Ohne Schild. Au. Alle drei. Oh, Hauptsache alle drei, ja, genau. Unglaublich. Wieso bin ich... Ey, ich muss im Level aufgestiegen sein. Ich hab volle Energie. Was? Nein. Ich hatte gerade volle Energie, dann hat er mich zweimal getroffen. Ach so. Meine ich. Ähm, hier sieht's nach einer Sackgasse aus. Ja. Das ist eine Sackgasse. Oder geht's da oben rechts lang? Nee, nee. Ja, alles klar. Ey. Bei denen hab ich auch nicht ganz verstanden, wann ich sie treffen kann. Ja. So. Fünf. Mist. Acht. Gut. Ah, deswegen hab ich gedacht, ich lese meinen Namen. Das Ding heißt Minos. Mhm. Äh, was ist das denn? Oh, okay. Furzwolten. Kann man die überhaupt treffen? Ich weiß es nicht. Sieht bisher nicht so wirklich danach aus. Okay, aber sie können einen verletzen. Ja, und einen vereisen. Kommst du mir nach unten? Ja. Ich versuch's zumindest. Ja. Ich will hier weg. Wahrscheinlich kann man die nur mit Magie besiegen. Ach, Jackie. Okay. Super. Endlich. Hier geht's auch nicht weiter. Irgendwie schlage ich immer in die falsche Richtung. Rechts oder links? Ach, rechts oder rechts? Ja, hier sieht's auch gut aus. Ja, hier sieht's auch gut aus. Ja, ich lauf mal oben lang. Oh, okay. Soll ich mir Jackie direkt einmal was geben? Ähm, am besten. Ein Bonbon ist nicht verkehrt. Ach, schon wieder so ein Vieh? Mhm. Was macht Jackie, der die ganze Zeit ist... Die hing so lang. Ähm... Ach so, kannst du zuerst deinen Analyse-Zauber nehmen? Ja, klar. So, gehen wir mal nach oben. Die Mana-Punkte sind ja... Was war das? Das da? Genau, Elektro-Kannos. Ähm... Oh, hoppla. Analyse. Genau. Ja. Welche Magie? Ja, toll. Egal, dann greife ich halt irgendwie an. Ich befürchte, da kriegen wir vielleicht noch... Nee. Was könnte denn da sinnvoll sein? Versuch's mal mit Sturm... Ähm, mit Elektro. Gift-Tentakel. Das sind zwei Gegner quasi. Nein, das ist jetzt weg. Eins. Was unter der Erde ist wahrscheinlich. Super, ich hänge fest. Oh, jetzt hänge ich schon wieder fest. Ich versuch's jetzt nochmal und hoffe, dass das jetzt was bringt. Wow. Oh! 78, das sah ja gerade besser aus. Wo hänge ich denn fest? Ich hab das auch das Gefühl, ich hänge da immer mal wieder fest. Ich weiß nicht, woran. So, ich hab nur noch 38. Mhm. Also wenn dieser Gift-Tentakel da ist, dann kann man den Vieh fassen. Oh, ich bin bei 16. Ja, dann heil dich. Kannst du dich auch mit deiner Magie heilen. Frosta kann das. Was meinst du, ist sinnvoller? Wir haben nur noch ein Bonbon, ich würd sagen Frosta. Okay. Ja. Genau. Soll ich das auf alle machen? Weil bei uns allen das ja nicht... Nö, mach mal bei dir lieber erstmal. Okay. Ne, Frosta wird da bestimmt nichts bringen. Ich versuch's mit diesem Gift-Tentakel. Ui. Ei, ei, ei. Ach, da hinten. Okay. Aber der... Das Tentakel-Fies noch hier. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sollten doch lieber in die Wüste gehen. Ich bin bewusstlos, du bist nur noch bei 27. Ich nehm mir mal ne Schokolade. So, jetzt bin ich auch wieder dabei. Ach, ich bin doch da gar nicht gegengelaufen. Ich kann nicht weitergehen. Ach so. Weil da dieses Gift-Denkram. Harzgas. Super. Oh, Decki ist nur noch bei 16. Ja, nur noch zwei. Weiche Richtung. Äh, nein, nein, nein. Ah, ich bin gestorben. Oh. Kannst du doch nochmal ne Analyse nehmen und gucken, wie viel das Vieh noch hat. Ja. Mensch, Jackie. Ich kann nix sehen, weil die kleine Kuh da oben hängt. Ach so, ich muss noch drücken. Ja, du bist dabei. Ja, ich bin jetzt Jackie. Ne, du bist... So, jetzt nicht mehr. Ähm... Was war das auch noch? Elektra. So. Ah, Mist. Schokolade ist echt ne... Schlechte Idee. Kannst du die gleich mit Magie heilen, vielleicht? Ja, kann ich versuchen. Weil sie jetzt nicht stirbt. Also, ich kann wohl das grad nochmal machen. Soll ich's direkt machen? Was? Nochmal Analyse? Nein, nein, nein. Sie heilen, meinte ich jetzt. Ja, ja. Meinte ich ja. Ah, okay. Ah, trotzdem funktioniert. Gut. Ich hab leider auf die Analyse nicht... Äh, nicht auf die Analyse geachtet. Ja, ich auch nicht. Wieso hab ich nach rechts geschlagen? Das sah aus, als hättest du mich verletzt. Ja, ich wurde aber auch verletzt. Ich bin tot. Ja, versuch die Analyse dann nochmal. Das lassen wir mal sehen. Achtung! Äh. Ja, sorry. Ich hab grad... ...versucht, das, äh... ...zu drücken. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Äh... Achso, ich war ja schon auf Elektra. Sorry. Ah, okay. Geht nicht mehr. Oder bin ich gerade bei Jackie? Ja, du bist bei Jackie. Ah ja, okay. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man hier rauskommt. Ah ja. So. Ja. Naja. Hälfte ungefähr noch. Ah ja, hier. Mist. Mist. Sobald man dagegen stößt, äh... Ich komm nicht weit. Achso. Ach, dieser dämliche Tentakel. Ah, ich bin gestorben. Oh je. Und du bist Jackie, also achte drauf. Ah ja, genau. Danke. So, jetzt bin ich direkt dabei. So, wo ist das hin? Ah, das gibt's doch nicht, sobald ich nur in die Nähe komme. Oh, das... Mensch. Ja, das ist echt frustrierend, das Vieh. Hm. Hm. Bin auch gleich wieder fertig. Du kannst dich heilen, du hast immer noch Magie. Okay. Mach ich doch mal. Ich würde sagen, nutz die, solange es noch geht. Ähm. Ja. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Komm, der ist bald hinüber. Wo bist du? Weh, 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 weh. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ich bin einfach zu blöd dafür aktuell. Ich geh mal zu nah. Mein Herz pocht wie verrückt. Das ist der dämliche Tentakel. Ich versuch, das mir jetzt einfach dauerhaft anzugreifen. Okay. Oh, ich bin... Achso, ich bin zurückgeflogen. Viel Energie hast du nicht mehr. Kannst dich vielleicht wieder heilen. Du kannst aber mal auch alle heilen. Ich glaub, deine Zauberkraft ist inzwischen gut genug, dass du uns... Oh, ich bin grad einfach wieder zurückgegangen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, dass es lohnt, weiß ich nicht, aber... Das heißt, mal versuchen. Ja, mach mal. Ja, alle 100 ungefähr. Ha. Volltreffer. Ja, besiegt. Ach, Gott, sei Dank. Jetzt müssen wir auf jeden Fall unsere Items wieder auffüllen. Definitiv. Ah, wir haben's geschafft. Haben wir jetzt den Weihnachtsmann gerettet? Vielleicht war es auch nur eine Vorentgegner. Ja, das kann natürlich sein. Weiter geht's. Bogen Orb. Ja gut, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder zwei Orbs. Wir gehen durch die Bäume. Ja, okay. Also, ich hab nichts gedrückt. Ich auch nicht. Was für eine Musik. Na gut, was jetzt hier in diesem Dorf abgeht, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.